Hallo, mein Name ist Jonas Stark, ich bin 22 Jahre alt und stamme aus Deutschland. Da ich erst vor wenigen Tagen aus London zurückgekehrt bin, wo ich drei Jahre lang an der Royal Academy auf Music studiert habe, befinde ich mich momentan leider noch mitten in meiner Einreise-Quarantäne und kann euch deswegen nicht an allzu viele Orte meines Alltags mitnehmen. Momentan jedenfalls verbringe ich so manche Stunde an meinem Flügel und habe mir auch gleich nebenan mein Repertoire für die nächsten Wochen bereitgelegt, damit ich jeden Tag den Überblick habe, woran ich denn arbeiten möchte. In meiner zusätzlichen Zeit genieße ich es meistens, mich ein wenig im Freien aufzuhalten. In London beispielsweise bin ich sehr gerne in den verschiedenen Parks spazieren gegangen und habe mir ein Buch mitgenommen. Für die nächsten zehn Tage allerdings werde ich mich mit dem Garten meiner Eltern begnügen. Ich freue mich sehr, im Juli alle Teilnehmer und Mitwirkenden in Bremen kennenzulernen und bis bald! Ich freue mich echt! Ich freue mich und ble mich fühlziehen! Nach Fra here lä bleiben! Alle Zufetzungs über den Poolen搞 offen! Voll recycene Far outweüss!